Geld, Gier, Macht und Ruhe Enkelhaft ist Marotter Tum Steht sich was, lässt stehlen Willkommen und heute mit was ganz Neuem Und zwar, wir werden heute von Todsünde die neue Single beurteilen Mensch, ärgere dich nicht Worum geht's in dem Song? Meine erste These war, dass es darum geht, sich gegen die Weltmächte zu stellen Ja, und ich lag gar nicht mal so verkehrt Nun, wie beurteilen wir euren Song, lieber Erik? Geiler, abgefahrener Track Das Video zum Song passt wie die Faust aufs Auge Das drückt sehr viel aus Ich hab noch nie ein Song, beziehungsweise ein Musikvideo gesehen Was so eiskalt das zeigt, wie es eigentlich in der Welt ist Beziehungsweise zumindest in einigen Ländern Trump, USA Kim Jong, North Korea Putin Ihr habt's hingekriegt Auf den Punkt gebracht Und 1A verpackt Und 1A verpackt Geiler Song Und von uns Beide Daumen hoch Auf jeden Fall Unten In der Beschreibung seht ihr den Link zum Song Schaut ihn euch an Also Wer sich diesen Song nicht anschaut Tut mir leid Hab Pech gehabt Weil ihr verpasst was Auf jeden Fall Bleibt gesund Wir sind raus Ciao